Wisst ihr, die Responder haben eine wichtige Mission. Sie helfen den Leuten durch dick und dünn, bis der Himmel sich wieder öffnet und uns alle aufnimmt, jedenfalls. Als das alles passierte, dachte ich wie viele andere. Die Zeit ist gekommen. Das ist das Ende. Aber das war es nicht, was? Wir sind noch hier. Erst dachte ich, es wäre ein Fehler passiert, was wir übersehen würden. Vergessen. Vielleicht hatten wir gesündigt. Vielleicht hatten wir nicht genug für den guten Zweck gespendet. Oder in schweren Zeiten nicht genug den Namen des Herrn gelobt. Oder Gedanken gehabt, die sich nicht gehören. Also fragte ich ihn. Ich fragte, wie? Warum? Ich habe auf Erden für dich gekämpft und ich bin bereit, im Himmel an deiner Seite zu kämpfen. Dann sah ich in meiner Verzweiflung, wie ein paar Überlebende hinter einer Mülltonne eine rohe Ratte aßen. Wie solltet ihr erst braten, sagte ich. Das schien ziemlich naheliegend. Sie sagten, sie hätten es versucht, aber es hätte sie krank gemacht. Sie waren komplett verdreht. Da wurde mir klar, dass ich einen Auftrag hatte. Von da an baute ich Küchen, kochte gutes Essen, gab jedem zu essen, der mit leerem Magen zu mir kam. Und ich war dankbar für diesen Auftrag. Dankbar. Beim nächsten Weltuntergang wird auch meine Zeit gekommen sein. Aber bis es soweit ist, können wir uns doch ein selbstgemachtes Essen teilen. Nicht? Das ist der Hendrik. Da muss man jetzt zum Kiosk gehen, Mann. Da muss man jetzt zum Kiosk gehen. So, Kiosk abgeschlossen. Wir nennen ihn nun den großen Krieg. Er ist noch nicht lange her und die Zeiten sind hart. Dies sind die Geschichten von Überlebenden. Mein Name ist Dassa Ben Ami und ich bin Responder. Ich arbeite schon seit ein paar Jahren mit den Respondern. Was habt ihr gemacht? Die Schlamme ursprünglich aus Charleston. Es war also nicht schwer, mit ihnen anzuschließen. Nee, ich meine... Was? Ding. PvP. Äh, keine Ahnung. Ich hab nichts ausgewählt. Während sich mehr und mehr Überlebende um uns schaffen. So viele sind gekommen und gegangen. Und mit ihnen ihre Geschichten. Ihre Namen sind längst vergessen. Ich dachte mir, wir sollten diese Geschichten irgendwie bewahren. Ich habe also entschieden, Leute darum zu bitten, ihre Gedanken und Geschichten aufzunehmen. Ja, was habt ihr das ausgewählt? Oder was auch immer sie in der Zukunft anvertrauen sollen. Ja, was ist immer... Ich nenne diese sehr verehrte Idee, dass wir nichts ausgewählt haben. Was ist ausgewählt? Du konntest, ich hab mir mal draufgeklickt, dass nichts passiert, aber ich einfach kaputt bin. Wegen PvP. Du hast Stufe 5, aber Kampf gegen andere Spieler ist aktiv. Ich weigerte, nicht mitzugehen. Also ging er mit meinem kleinen Bruder in den Wort. Sie konnten mich nicht umstimmen, so sehr sie es auch versuchten. Am Ende habe ich sie reingeschubst und das war's. Danach kehrte ich nach Charleston zurück und überlebte. Nach einer Weile wurden die Responder gegründet und ich habe mich gleich gemeldet. Es war wirklich hart. Die Flut hat uns sehr mitgenommen. Zum Flughafen Morgentown und jetzt nach Flatwoods überzusiedeln war. Nun, ich bleibe optimistisch. Ich bin nun seit zwei Jahren oder so dabei. Wir haben Großes vor. Es gibt so viel, womit wir helfen können. Vielleicht können wir genug wieder aufbauen, um über die Runden zu kommen. Und bis dahin nehme ich weiter Geschichten von Überlebenden auf, wann immer ich kann. Wir sind eure Geschichte. Das war Dasa Ben Ami. Bis zum nächsten Mal. Aufseher-Logbuch. Südlich von Ward 76. Ich wusste, das würde nicht das Appalachia sein, das ich kannte. Aber mutierte Tiere, durchgedrehte Bots und bislang keine Menschen. Wir müssen darauf gefasst sein, den Wiederaufbau in, wie ich es sehe, feindlichem Gebiet durchzuführen. Zum Glück war Vortech vorbereitet. Sehen Sie das? Die Kochstation, die Lagerkiste, die Werkbänke. Alles mit dem Camp errichtet. Sie brauchen hier draußen eine Basis. Und genau die bekommen Sie mit dem Computerassistenzsystem für mobile Produktion. Benötigt werden nur noch Ressourcen, Planung und ein bisschen Muskelkraft. Wenn Sie Ihr Camp verlegen, kommt alles mit, was Sie gebaut haben. So dass Sie es an Ihren neuen Standort wieder aufstellen können. Machen Sie davon Gebrauch, wenn Sie in unbekanntem Gelände unterwegs sind. Ich habe mein Camp dargelassen. Sie können es also benutzen. Ich habe gerade noch Holos. Ich weiß, dass ich meinen eigenen Rat, es mitzunehmen, nicht befolge. Aber nachdem ich Appalachia gesehen habe, muss ich dafür sorgen, dass jeder Bewohner von Volt 76 sichere Ausgangsbedingungen hat. Ich komme auch so klar. Wenn es sie noch gibt, fliegt die Stadt Flatwoods die Straße runter. Die Aule untertrennen. Wow, ich habe mir glaube ich ansonsten gerade einen Holo angeguckt, weil ich Eintrag 1 nicht geguckt habe. Was weiß ich. Aufseher, nennen wir diese Dinge Tagebücher. Das ist kein Offizielles. Oh gut, ich muss mir das nicht ganz anhören. Geil. Ich finde den nächsten Tagebuch in Saturn. Okay. Aufseher-Logbuch. Oder sollte ich lieber sagen. Aufseher-Logbuch. Flatwoods. Mein Gott. Stopp. Okay. Das reicht erstmal. Geben wir den Papa. Geben wir den Papa. Äh. Wenn Henrik hier alles hat. Weil bei mir steht bei Henrik nach Suche nach David Winters. Das habe ich vor einer halben Stunde gemacht. Ach, David. Ach, das mit dem Fleisch. Ja. Ich sollte mal essen. Ich habe ihn disponen. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oder kann man die heilen? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ach Simon, jetzt habe ich extra Munition hergestellt, was ich nicht benutzen kann 38er wäre das nur gewesen Ja, die 38er ist für die Schnellfahrerwaffe Nein, das ist für den Reviver Ja, die Reviver habe ich selber nicht Oh, mein Gott Ich brauche 38er, 30er Entschuldigt mir jetzt, Munition Ähm... Das war's. Habe ich jetzt meine Mission und Munition? 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 Oh Das ist ziemlich bescheuert. 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 Und das ist ziemlich bescheuert. Das ist ganz bescheuert. wo hast du da hin? Ach da. Das heißt. Wir waren doch doch richtig. Wie geht's? Ja ist ja okay. Hier, Schatz, ja. Aha. Also, Tisch. Stufe 5. Attacke. Ja, wir sind Stufe 5. Oh ja, ich auch. Ich brauch Schrauben. Ich auch. Ich wollt mir grad Revolver 5 machen und hab gesehen, oh, geht ja nicht. Aber was gibt hier bitte Schrauben? Ich hatte noch schon voll viel Schrauben. Genau. Fahre. Er ist ein anderer Spieler. Ja, aber die werden grauer gezeigt. Wächst. Wollen wir weitermachen, oder? Lass uns mal das Event machen. Das gibt noch mal Fahrer. Schon wieder, oder? Das machen wir zum 8. Mal gerade. Stimmt, ich kann jetzt hier mal raus. Durch die Wand sehen, so wie euch schon. Ja. Warum ist er in unserer Gruppe? Ist er ja nicht. Wäre er in unserer Gruppe, dann würde er unten angesagt werden. Team. Ich muss das Spiel nochmal neu starten. Das Spiel, dann fährt das Team verlassen. Ähm. Warum, Simon? Was haben wir dir angetan? Simon. Was denn? Wie? Was denn? Wo bist du hin? Ja, ich spiele ein Game noch. Die Gruppe verlassen. Warte mal, warte mal noch mal ein Lass mal, ist das schon erst mal? Nee, du bist ja auch nicht mehr... Frequenz aktiv! Übung zur Liquidierung im Rahmen von Geheimen Da, da! Ähh, was ist denn hier mal da? Oh Leute, wie viel auf der Luft passiert? Oh my god! West Virginia Ich hab Radio angemacht Ich weiß aber nicht, welches Radio ich gerade anhabe Ähh, Radio Appalachia Country roads Take me home To the place I belong West Virginia Mountain Mama Guide me home Country roads Das könnte ich jetzt die ganze Zeit hören Das könnte ich jetzt die ganze Zeit hören De 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 Ey, meine FPS wird nicht besser, ne? Vor allem... Mein... Mein Grafikalier sagt ich auch so... Pfff... 30% nur... Kann man nicht mehr so dran machen? Country roads Take me home Take me home Ach, da war es so ein Ding, was wir jetzt haben... Da war es so ein Video, ne? Ja... West Virginia Mount Mama Mount Mama The only thing so up to them up to those, you know Country roads Ich hörs Ich hör die声en In den hängen Und jetzt sie mich Diese grüße Amen.